Am Anfang waren ja die gleichen oder überhaupt fast nur alte Lehrer da. Es waren ja nicht schnell neue Lehrer da, überhaupt nicht. Also wir waren glücklich, wenn mal ein jüngerer Lehrer oder eine jüngere Lehrerin kam. Und der Unterricht war sehr minimiert. Also ich habe zum Beispiel in der Schule bis auf die ersten zwei Jahre nie Sport gehabt. Das war also schrecklich, deshalb bin ich auch sofort in den Turnverein, 1946, wie der wieder da war. Wir haben nie Musik gehabt, außer dann in der Oberstufe einen sehr guten Chor. Das war also klasse. Geografie ganz wenig. Also es waren die Hauptfächer, nicht? Wir hatten keine Wahlmöglichkeiten. Wir hatten, die Sprachfolge war Englisch, Latein, Französisch. Da gab es keine Wahl. Und dann gab es also natürlich Mathematik und Deutsch. Geschichte war natürlich so eine Geschichte. Die hat dann bei uns aufgehört. Ich glaube, im 70er-Krieg hat bei uns Geschichte aufgehört. Und wir mussten ja alles schreiben. Ich habe Stöße von Heften geschrieben. Wir hatten keinerlei Bücher, weil die alten durften wir nicht mehr nehmen, konnten wir nicht mehr nehmen. Und neue gab es nicht. Also wurde geschrieben, geschrieben. Und ich glaube, man hat sich sehr lange an der Völkerwanderung aufgehalten. Und sehr lange im Mittelalter. Weil eben irgendwie war da eine große Unsicherheit. Weimarer Republik, auch nicht. Weimarer Republik habe ich auch nicht gehabt eine Geschichte. Also gut, ich habe dann 52 Abitur gemacht. Da hat sich das sicher sofort gebessert. Und ich bin der Völkerwanderung aufgehört. Vielen Dank.